In der heutigen Ausgabe von Weilroders Sehenswürdigkeiten von oben geht es zur Burgruine Montfort in Hallgarten in der Nähe von Bad Kreuznach. Bei bestem Wetter startete ich meinen bisher längsten Anflug zu einer Sehenswürdigkeit. Knapp 500 Meter brauchte ich, um senkrecht über der Burg zu schweben und den Point of Interest Modus meiner DJI zu aktivieren. Die Burg Montfort ist die Ruine einer Spornburg drei Kilometer nordwestlich, der Ortsgemeine Hallgarten. Die Ruine liegt zwischen Hallgarten und Durchrot auf einer 280 Meter hohen Kuppe inmitten eines Waldes. Beim Vorbeifahren sah die Burg Ruine wesentlich kleiner aus, als sie dann aus der Luft zu überblicken war. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.